Hallo, mein Name ist Fabio, ich bin Klubleiter in der Seidengasse im 7. Bezirk. Wir sind hier am Ausdrucker Campus im Getwitt und ich erzähle euch fast über das Krafttraining heute. Das Krafttraining, das wird nicht nur die Bettverbrennung, sorgt auch für eine stabile Körperhaltung, macht dich stark und bringt dich in Form. Um all das zu erreichen, haben wir hier die Freihandeln und die modernen Geräte, die wir hier haben. Kommt vorbei zu einem kostenlosen Pröbetraining und probiert es aus. Wir warten auf euch.